Ja, ich wiederhole nochmal, was wir in den beiden vorigen Videos gemacht haben. Im Video Nummer 3, das ist dieses hier, da haben wir gesagt, ein Integral ist gleich der Flächenfunktion Groß A an der oberen Grenze minus der Flächenfunktion an der unteren Grenze. Habe ich hier nochmal aufgemalt, das Integral hier, das ist die obere Grenze, untere Grenze, das kennen wir schon, das Bild. Gut, an dieser Formel hier hat uns folgendes gestört, da tauchen die gegebenen Grenzen B und A auf, B und A, allerdings zusätzlich noch hier die Flächenfunktion. Ja, und die Flächenfunktion ist nicht gegeben, die kennen wir nicht. Gegeben ist ja nur A, B und hier die Funktion F von X, die das Integral hier oben begrenzt. Ja, und da haben wir gesagt, dann schmeißen wir die raus und ersetzen die durch F von X, denn die ist gegeben. Dann haben wir genau die drei gegebenen Größen in dieser Formel drin. Ja, und um hier diese Flächenfunktion A rauszuschmeißen, mussten wir einen Zusammenhang zwischen dieser Flächenfunktion, die unbekannt ist, und der gegebenen Funktion F von X herleiten. Ja, das haben wir in dem Video dann nachgemacht, das war dann das Video 4, da haben wir gesagt, die unbekannte Flächenfunktion ist gleich der Stammfunktion F der gegebenen Funktion. Ja, und da wir das nun wissen, können wir die Flächenfunktion A, hier und hier taucht die auf, da können wir die ersetzen, und zwar durch diesen Ausdruck hier. Wir setzen also das hier, hier und hier ein. Gut, dann machen wir das mal. Die linke Seite brauche ich nur übernehmen. Dann schreibe ich wieder das gleiche hin. So, F von X mal DX. So, und jetzt geht es los. Ich ersetze also dieses A hier, die Flächenfunktion, durch die Stammfunktion der gegebenen Funktion. Dann steht da F, Groß F von B minus dieses A auch ersetzen hier durch F, Groß F von A. Ja, kurz gesagt, ein Integral ist also gleich der Stammfunktion an der oberen Grenze, obere Grenze ist hier, minus Stammfunktion an der unteren Grenze. Die untere Grenze ist hier. Ja, und das Ding nennt sich Hauptsatz der Integralrechnung. Hoppla, so. Gut, wollen wir trotzdem nochmal gucken, ob wir unser Ziel erreicht haben. Wir haben ja gesagt, es sind drei Größen gegeben, A, B und F von X. Und die müssen drin vorkommen in der Formel. A haben wir hier, die untere Grenze, B die obere Grenze haben wir hier. Und F von X kommt hier vor, in den beiden. Allerdings versteckt, nicht direkt, da taucht nicht die Funktion F von X direkt drin vor, sondern die Stammfunktion. Also indirekt taucht die auf. Gut, aber alle drei gegebenen Größen, A, B und F von X, tauchen in der Formel auf. Das zweite, was wir überprüfen müssen, ist, tauchen denn noch irgendwelche Ausdrücke auf, die unbekannt sind? Zum Beispiel wie die Flächenfunktion. Nein, da tauchen nur diese drei auf, keine mehr. Also können wir sagen, es tauchen genau die drei gegebenen Größen auf. A, B und F von X. Ja, und damit ist diese Formel auch perfekt. Man kann also jedes Integral, was hier gegeben ist, ich gebe zum Beispiel ein Integral vor mit der Grenze A, B und oben F von X. Das kann ich mit dieser Formel ausrechnen. Und deshalb nennt sich das auch Hauptsatz der Integralrechnung. Das ist der zentrale Satz, mit dem man jedes Integral ausrechnet. Gut, damit sind wir am Ende und ich verabschiede mich. Auf Wiedersehen. Vielen Dank. Vielen Dank.